Jo Leute, was geht ab? Max am Start schon mit einem neuen Video und zwar heute werfen wir die zwei neuen Waffen-Tests, wenn die drin sind. Ähm, ja, also, erst mal mit dieser Räuber und die andere weiß ich gerade noch gar nicht mal, jetzt guck ich an den Standort hier. Nils, drück jetzt bereit! Oder ich muss... Ich tue gerade halt voll! Ich mach's breit machen oder raus! Raus! Aus dem Haus! Ja! Ja! Ich geh mir auf, die Waffe zu machen. Ich krieg's jetzt mal deine... in deinen Tee. Max auf jeden Fall ist... Neuer Rimmer ist geil! Mhm! Ich bin jetzt hart. Du kannst dich nicht mehr drin machen. Du kannst du mehr schon mal machen. Vier Glück haben wir nur haben, Mati! Du bist ja... Ja! Wääääääääääääääääääää! Musik! WYNET-WICH! Ich bin jetzt mal einen... Ich kann den hier auch mal tun. Wie viel Glück haben wir nur haben hat die! ...WYNET! WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄD! Finale der Season 7 Oh, der 180er Sitzbruder Oh, hier kommt schon der Nächste Macht jetzt keinen Ärger, Jungs Ja, kann ich ein bisschen snacken Gibt das nicht auch... Aber ich will nur snacken ein bisschen Ich hab Max im letzten Moment noch... ...bekommen Nilsau, Alter, wie wir grad den Einschuss rasiert haben, ne? Ja, und dann kommt dieser Ruhepunkt Scheiße, die Ruhepunkt ist fickig auf seine Mutter Ich würde sagen, 2 gehen heute, 2 gehen in Einkaufsladen hinten Ja, ich bin Schleswig in Einkaufsladen Okay Kimmel macht den Häuser Äh, äh, boten jetzt nur einen gugsten Standort, der gesagt ist 2 hinzugefügt worden Äh, äh, ist wohl nur eine... Äh, ne, 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 ne... Versteck das Wasser noch nicht gemäß... Oha Gibt es jetzt noch reaktive Hängegleiter als Gegenstande? Mach's viel Spaß, wenn wir so mehr Hängegleiter nicht haben, ne? Ja, und gar nicht deine, ne? Hä? Hä? Hm? Hm? Gibt's reaktive Gleiter? Nein Ja, dann muss er doch... Ja? Man muss so Hängegleiter finden Oh... Hä? Ja... Es gibt so einen Hängegleiter, den kann man finden, der liegt irgendwo rum Und wenn man ihn findet, dann kannst du von gebauten Treppen runter springen, also dann kannst du dann... Für immer? Also die ganze Zeit? Nein Nein Nur 10 Mal Nur 10 Mal Ja, ok, 10 Mal Und... Liegen diese Hängegleiter einfach aufm Boden und man muss die aufsammeln oder... Wie läuft das an? Ja, die liegen aufm Boden Hä? Geh doch wecken jetzt Ja, die liegen aufm Boden dringend Manchmal aufm Boden, manchmal das Kisten, unterschiedlich Leute, wie die Munition aussieht Das hier mit dem Teil die ganze Zeit durchsammelt Warte, guck die mal bis an, guck mal her Und jetzt nach 6 Sekunden Guck mal Hä? LOL Oh, guck da mal nichts an Ey, komm, komm, komm Los Gleich wird gesinished, weil ihr keine Ahnung wo seid Oh nein Willkommen Wollt, lass ich uns was zeigen Ey, da ist Zauber in Ruhe! Ihr kriegt ein bisschen Pommes und stinkt hinein Wisst ihr, wo der ist? Wenn man auf diesen Metall... Wenn man auf diesen Metall-Ding treibt Weil ich halbe halt Hä? Achtung, ich besitze es Leute, sobald ich ihn sehe, töte ich ihn Und äh... Ich komm zurück iringe gjö, bei total Back Regen Ab ihn Hä? Hä? Du bist doch ums Leute, hat jemand Shotgun-Munition und Sniper-Munition? Ich hab Pump. Ich hab einen Sniper brauchen. Elmax, komm her, fuhren mir die Sniper. Äh, warte. Elmax, fuhren, fuhren, fuhren. Wo ist der? Irgendwo. Ich bin da, wo ist der? Nein, im Busch, glaube ich, oder? Ist es ein Busch? Herr, wo ist der? Der war lecker. Please, der war lecker. Oh my god, ich freu mich zu hoch. Was? Schau uns? Oh ja, seid echt so. Krass. Ich kann Bandys mitnehmen. Ich kann auch Bandys mitnehmen. Nimmst du grad auf, Session? Nein. Ist schon. Nein. Nein. Ich hab keine Leiste. Oh, doch hab ich. Äh, Kim, komm her. Also die Pole. Die Kugel sieht man ja. Krass. Die Schüsse sehen jetzt doch geil aus. Du meinst du? Ey, wer schnappt hier? Ach so. Das war ich hier von. Du hast gesagt, dass der in die Kugel ist. Ja, das ist der Fall, wo man das rauskommt. Ja. Ich hab keine Leiste. Stell vor, man schießt so die Kugel ab und dann wird man so eingefroren für kurze Zeit. Ups. Oh meinst du grad. Du hast da, die Kugel anzupften. Ja, ich hab' nichts geklappt. Ich hab' einen. Ich hab' mich geduldet für 25 KG und eigentlich dumm. so krass bei ich bin er damit ich bin genommen du bist so erhörig genommen wo gehst du? welcher rote Punkt? ach stimmt der ganz oben da ist der rote Punkt Nils siehst du auch den roten Punkt? der arme Maxi und jetzt find ich mimis Kim gib mir Minis ja komm warte bleibt da naja hinter mir Kim redest du anders? und jetzt kann man auch irgendwie die reaktive Gleitser droppen dass die anderen aussehen und die blünnfass ey Max 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 ja ne Kim hört sich voll komisch an ich weiß ja nicht der kaputt der kaputt der kaputt glaub ich genau ja ich bin nicht der kacke ich bin an der Kanone raus hörst du? hörst du? Kim ich hör ihn nicht mehr ja ich hör ihn ist nicht Kim hallo 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 Leute ich hör Autos ah ne Flugzeug war das oh der war knapp oder Nils der war knapp oder Nils Nils ist doch auf es kam du siehst du schwer alter was du noch machst du bin einer auf die Luft der nicht mehr ist was meinst du ne ich geh fort nein verkauf nein er hat ein Achsel erhöht Leute hat jemand einen Schnapper ich nicht hab zwei gefordert Nils hallo wo oh sehr gut in der Zone oh wir wollten grad aus der Zone rausgehen Leute Flugzeug wo denn ähm sind die Muschis da ey kein Ausdruck ich mach ein Video ich freu mich so in der Ausdruck Leute macht es kaputt dann heute nach Mexiko jetzt los ähm halb nach nach na schauß ja Nils hallo Nils 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 Oh mein Gott. Hä? Hä? Leute, ist es bei euch auch lila, hier der Berg? Ja. Wieso ist der lila? Hä? Jetzt nicht. Ja, jetzt nicht. Doch, da hinten jetzt. Hä? Generell die ganze Wüste. Siehst du es auch? Ja, ging es Jason? Warum geht es nichts? Ich meine, jetzt nicht. Guck mal, da ist alles lila. Ja. Aber das geht weg. Umso mehr man kommt, umso mehr geht es weg. Komm, bin ich so mitnehmen. Mein Erdorf. Mein Erdorf. Ah, Flugzeug, Flugzeug. Okay, ich komme. Das war nie von vorher. Flugzeug. Nein, Leute. Wo sind die? Hier. Komm. Ich muss da halten. Wer hat mal jetzt? Ist der immer noch im Flugzeug oder kaputt? Flugzeug kaputt. Kaputt, da ist sie. Nicht abstaunen, bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte, Junge. Sieh mal. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn gefangen. Ich gebe mir den Erdorf holen. Okay. Können wir? Ist zwar riskant alleine, aber egal. Nein. 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 Hängegleiter. Ich habe einen Hängegleiter. Nein. 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 Herr Kim, du hast die Hängegleiter gar nicht aufgesammelt. Ich kann auch nichts mitnehmen. Ich habe fünf Minis, eine grüne Schneider, eine blaue Erdorf und eine blaue Erdorf. Das ist nice. Das ist nice jetzt, wenn sie so... Cool. Also so, das finde ich so geil wie dieses Ringer. Das braucht ein Metkrieg. Oh. Niemand. Gib Max das. Gebt mir. 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 Wo? Und? Was macht Nils eigentlich? Mein Freund spielt da meine Baby-Stufe. Achso, dein Freund ist da. Die Musik war mega geil. Leute, gibt es da noch die epischen Stinkbocken? Glaub nicht. Noch ein Bigness. Soll ich den Bigness haben? Der liegt da. Ich brauche auch ein Bigness. Wo ist der Bigness? Da ist immer. Mach da hin. Oben. Wommelst du immer alles eigentlich? Und Minis. Ey! Weil ich bin es, weil ich nicht einmal als Nullerwerke sagen. Mein Freund macht so richtig rein mit Demi. Oho! Oho! Ich bin fast verunter. Hallo Nils? Jetzt brauche ich ein Slurper oder fünfziger. Ein Slurper wäre. Ein Slurper wäre für mich gut. Boah, hoffentlich ist hier in dem Haus ein Skars drin. Wir werden natürlich ein Slurper machen. Geht? Junge! Ich weiß jetzt nicht, wer mich von soll. Jetzt essen oder Max. Ich tanze. Keine Ahnung. Ich tanze einfach. Warum tanze du? Keine Ahnung. Leute, wir sind in der Mitte der Sauen. Seid ihr gut Mittag, Kanone? Naja. Hier bei mir liegt einer. Oh Gott. Hä? Wo sind denn die Gegner? Wir sind in der Mitte. Hallo? Wo ist die? Ich kann mir auch nehmen mal was zu essen. Da hat er nicht schafft hat. Nein, ich lass jetzt einfach das. Da ist nur. Wo sind die? Nein, nicht da. In dieser kleinen Kammer. Leute, vielleicht kommen noch Leute von Paradise Palms. Die müssen ja. Leute, die müssen ja eigentlich an den Paradise. Und Skybase? Nö. Geil, blaue Jacke. Leute, guckt in jede Richtung hin, ob ihr Gegner sieht. 100 pro. Entweder von Fatal oder von Paradise. Es kommen welche. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oder von Retail. Aber sechs Gegner. Ah, Gegner da hinten. Ein Ding fast gesehen. Falsch. Falsch. Was sind jetzt? Da sind Tänke beim Steigen. Falsch, dein Kopf zu steigen. Ey, es ist eine Pusche gegen die Karte. Schandtack. Na, war. Nicht so aggro. Hab Angst, dass ich von hinten geschnallt werde. Ach, Leute, ich hab einen. Max hat einen. Jawohl. Ein. Er hat einen geschnallt. Ich weiß auch, wenn du nicht. Ich nicht. Ach, von hinten. Da hinten ist. Oh, nein, die muss. Leute, die hier ist doch. Verschlau, Verschlau machen. Leute. Oh, ich habe gerade geschleibt. Von wo? Ohne. Von da. Ich denke, komm. Hab da noch ein Bandaschen. Oh, mein Gott. Die Sonne, nein, da war. Leute, ich denke dran, einer hat 30 HP, wenn er sich nicht gehielt hat. Wow, von wo werde ich denn die ganze Zeit gefahren? Der war so knapp gerade. Einer ist hinten. Einer hat einen Hit, einer hat einen Hit. Sniper Hit. Mit blauem Jagdgewehr. Weitere Volk, einer. Ich bin überzeugt, hoch. Mach das. Ja, ich habe noch einen. Okay, Leute, pushen. Pushen. Weil ich habe zwei Leute. Au. Danke, Leute, pushen. Ich komme so. Oh, mein Gott. Den ich vorhin geholt. Der hat halt schon so gemeint. Nein, du wurdest vom Granatenwerfer geholt. Scheiße. Hast du... Bitte. Wo sind die? Nein. Hast du... Gelöten ist der andere. Geh in die Kontrolle. Und hör ell ich nicht. Ja, ich bin halt weg. Nee. Okay. Da ist einer. Hält uns. Hält uns. Béléb mich. Wir müssen dann die Zeit auf Frauen. Nee. War euremosher. Vamos. Leute, er hat Rocket Launcher. Oh nein. cę wir das weg. rein 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 scheiße leute ich kann solch die reaktiven gleiter wesentlich liegen lassen scheiße ich kümmer mit kippen müssen ja weiter ich lass die goldene diegel liegen nur noch zwei leute noch zwei leute die leute soll ich statt die reaktive gleiter die goldene diegel wir machen den epischen hast du schild tränke langweilig hatten die kreis ich habe es eine belassen okay leute wir sind gut in der zone ich hole mir ein bisschen high ground dass wir nicht im low ground gegeneinander feiten müssen die leute immer noch auf die schritte ich hätte gerade was für mich ein hit bekommen kennen also hast eine wand gebaut Deiner Pit! Die müssen klar sich dafür mit Schummen! Ich hab meinen Headshot gegeben! Einer nieder! Einer nieder! Hack Pit! Hat zwei Hits, gab 37... Hat noch Hits? Ja! Nice! Sehr gut Leute! Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein kostenloses Abo da unten! Schade, dass wir nicht die neue Waffe gefunden haben, aber trotzdem... Überhaupt nicht! Max ist...